und damit willkommen zurück seid gegrüßt zu einem stream wir spielen heute wieder bei los geht es drei gleich starten wieder rein ins spiel gab irgendwie wird schon jetzt vormittag damit verbracht weil das geht zu spielen jetzt den armen damit weil das geht zu spielen diesmal mit moden hallo nein nicht diesen spielstand ich habe inzwischen ja 1 2 3 4 5 bestände interessant den wir wollen wir fünf von skatern beziehungsweise vier war den einen waren habe ich dann den vier baden waren habe ich jetzt irgendwie aufgegeben weil ich dann doch gemerkt habe ja kämpfe kämpfe sind so ein bisschen scheiße kann die kannst du einfach nicht kann das sein also mit vier mit vier baden im team sind sind kämpfe so ein bisschen scheiße das ist nicht da musst du nur ordentlich benutzen einen als support zwei als damage dealer und einen ja trotzdem gerade am anfang mit level also so mit level drei karakteren dann durch durch so ein kampf level du nimmst level 3 college of swords und dann bist du gut to go ja aber da hatte ich habe keinen bock drauf dass ich brauchten dann ich brauchte ein team was dann ein vernünftiges team mit vernünftigen leuten wie ich mich auf dass meine partner keinen schaden machen kämpfe scheiße aber ich nehme nicht die kampf subklassen weil ich bin ich scheiße ok cool merkst du selbst oder ja ich wollte was ein vernünftiges spielen weil das war mir dann doch ein bisschen elbern ich habe jetzt einen anderen mann gestartet mit spieler halblings war waren ne ein bisschen was vernünftigeres da ich jetzt mal neben wann habe ich jetzt mein charakter ist jetzt klasse stufe 4 geworden der ist droide plus jetzt in der vierten in der vierten im vierten level habe ich noch den wie heißt der weltmeister dazu geholt den ranger verstehe ich verstehe ich verstehe nicht ganz wieso aber mach mal ein solches auszuprobieren kann auch habe ich kann auch habe ich zum baba mensch gemacht und das ist eine schlechte kombi das ist richtig beschissene kommen einfach damit karl auch einfach auch austeilen kann ist das einfach bei barren nimmst du weil du in dem spiel relativ optimiert spielen mussten die rollenspiel aspekte eigentlich bringen kannst was wir ja beide wissen weil man spielt sowieso was man nimmst baba und champion fighter punkt mensch mensch habe ich zumindest eine stufe dazu gemacht damit sie diese diese faust attacke hat damit sagen weil wir mit karl auch das ist ja ja es ist halt komplett sinnlos dann brauchst du die bonus attacken nicht großartig dann lass mich doch ein paar sinnlose sachen ausprobieren dieser wand ist dafür da um ein bisschen was ja wie gesagt eigentlich nimmst du champion fighter weil ab stufe acht bist du dann an dem punkt dass du mit einer mit der jetzt kommt und doppelten schaden macht ich lade schon rein kann auch nicht für meine ladezeiten der wand war dafür da mal ein bisschen es ist dafür darum ein bisschen was auszuprobieren ein bisschen sachen zu machen ja sehe ich nicht ich habe mittlerweile so viel konnte dazu gesehen ich glaube ich spiele privat gar nicht muss nicht mehr wirklich das macht schon was jetzt spielen wir ja bei den paladin zu drüben da muss auch noch gucken abrufen blöde frage wollen wir dann unten in die gale in die luft jagen oder wollen wir ignorieren welchen das was würden wir mit dem unten vor dem 2 vor dem kampf gegen den mehr cool avatar können wir ihn in die luft jagen in der zwischensequenz was ganz cool ist die frage ob jetzt nochmals ja genau wieso soll warum weil es eine coole sequenz ist das bleiben ja gut war jetzt nur die frage weil dann müssen wir noch mal kurz ins camp gehen wieso denn voll oder haben die longest gemacht ja wo bist denn du eigentlich nicht die hier ja ich stehe irgendwo ich nach mir blät noch rein ach so muss man nicht da was der hafnerin du warst doch glaube ich auch so irgendwo ja irgendwo hier geh schon mal zur verzierten tür eigentlich den fahrten ach da bist du hast schon noch zwischen gespeichern ich komme nach nach nachher fast in der wildtape ok gehen wir rein oder sind wir in die low and spell slots das level aber das steht gerade da als erdelemental fast schon wie viel brauche ich denn noch mehr dort noch welche bis zum nächsten gewerb musste mal gucken ob ich mal ob ich dann ob ich dann droid oder platin weiter machen wahrscheinlich werde ich bald wieder zu platin wechseln mach was du meinst jetzt mal jetzt mal kaffrick du was hast du getan was hast du getan zu mir ein schüchtern gibt euch dann dass ich vielleicht leben bin ich gut an einschüchtern ich weiß nicht ich glaube täuschen ja bist du du hast eine plus 6 was die plus 6 und kannst geil und jetzt einschüchtern okay wenn du meinst du hast eine plus 4 plus 2 so viel dazu so viel dazu ich weiß nicht ich sehe deine ergebnis nicht gut ich würde noch mal ja geht doch du hast so weit gekommen du hast deinem wunderschöchtern von seinen vantagen warum würdest du jetzt merken ja guter gutes argument eigentlich stand vielleicht vielleicht nicht doch wenn ich mich angreift werde ich euren schädel schalten das ist die wahrheit ich bin nicht wie ihr kaffrick ich interessiere mich nur für was richtig ist also die er die ersten beiden kannst du nehmen darin bist du gut eine höhere macht will dass ihr am leben bleibt aha okay warum sollte ich das sagen ähm überzeugen also überzeugen und einschüchtern kannst du nehmen da bist du in beidem gut wenn du über den punkt hast mit überzeugen kannst du auch sehen was du für vorteil hast ja okay interessant du bist relativ gleich bei einschüchtern und überzeugen bei den professionen bist ja ich würde sagen das ist die wahrheit Nummer zwei ist einfach die wahrheit und wer nimmt die kopfspalten und dass ich ihn so gibt und das wäre nur verkacken das ist eine dreißig die ich da befinden muss äh ja du brauchst eine nettwenty nö ich habe noch nicht zu befinden und dann bringt das nichts mach und würfel einfach so oft wie du willst wir haben noch inspiration hau rein ich habe nur noch die eine oh nettwenty wir sind nicht so unterschiedlich es scheint wir beide wollen was wir wollen wir sind nicht und keine Opposition keine Resistenz wird uns verhindern und noch du hast mich geworfen es hat ein Jahrhundert Verzweiflung ein Jahrhundert ein Jahrhundert ein Jahrhundert ein Jahrhundert Oh auf auf vielleicht es ist mit dem mirkuhl-kampf auch geskippt ziemlich wahrscheinlich ich kann euch helfen Kevvig wenn ihr mich lasst es ist noch nicht zu spät Kevvig eure Geschichte muss nicht enden kommt friedlich dann verschone ich euch es wird es wird nie langweilig seine Feinde hinter Kauern zu sehen ö jo das Dame ist einverstanden ah die mischt sich jetzt ein die versaut alles sie versaut nicht warte warte Kevvig hat sich ergeben und das meine nicht eingreifen ha ja rally und in warte in warte es wie ich kann das aber wie ich her was was ich soll Du hast eine letzte Chance, um zu bowen. Als sie weg ist, haben sie keine Wahl, aber Sie beide zu zerstören. Hast du hier? Bow! Aber du kannst die erste Phase mit einem guten Wurf. Spät unten in der Kolonie kannst du eine Phase skippen. Ah, okay, ich wollte schon fragen, der hat hier oben die zweite Phase? Hier unten hat der drei Phasen, also mit Mykol. Erste Phase er, dann Mykol, dann zweite Phase er. Damit kannst du nicht überreden, sich selbst zu töten. Damit kannst du dann komplett in die zweite Phase. Betrug das bei mir nicht bewusst, ich hab den einfach so schnell getötet, er kam glaube ich gar nicht in die dritte Phase bei mir. Na dann mach das jetzt. Jetzt ist dir, jetzt ist quasi die nullte Phase. Du bist dran. Ja, ja, ich guck da. Dann töte ihn so schnell, dass er sich, dann töte ihn mal so schnell, dass er... Scheiß Beleuchtung, mein Gott. Wo ist, hier ist, den beleuchtet. Yes, ich muss da drücken. Das sind dann ein paar schwache Skelette. Ja, ich muss mich, ich muss mich erstmal selbst testen. Soll ich mich mal um die Skelle zu kümmern, oder? Um so einen Sterer, du kümmerst dich um den großen, oder? Soll ich mich auf Catholic stürzen? Wie machen wir das? Da ich jetzt gerade sowieso, äh, nur... Okay, ich stürze mich auf Catholic. Soll ich. Und das klauen. Was das gerade war? Cool. Ich stürze mich so weit ich kann auf Catholic. Ich verstehe. Und auf den Mund. Und die Magierin in der Mitte. Äh, das wird ja nicht übernehmen. Ich lass nur mal... Ich lass nur erstmal Dingens drücken. Dem ehren. Zu Karnach. Steht jetzt ziemlich eingekesselt. Ich würde ja einfach mal einen Blitz reinballern. Oh, der wird nichts. So, hier habe ich einen. So, ich habe die anderthalb Mikromiten ausgeschaltet. Mal nach rüber. Und das, der Elementar so spät dran ist, das ist ein bisschen nervig. Und das, Captain Man. Oh nein. Mach was dagegen. Und Karnach ist fast tot. Karnach ist ganz tot. Karnach wird komplett zerstört. Ja gut. Ich habe ja gerade auch keine Trinke mehr. Also... Ja, das war's dann nicht Karnach. Ich hätte Counterspell mitnehmen müssen. Beziehungsweise mitnehmen sollen. Ja. Jetzt du. Du bist Healer. Geh rüber zu Jungs. Ja, ich glaube sie schafft das ganz gut. Ach ja, du bist gerade in Tierform. Was richtig dumm ist, weil du bist richtig stark in Tierform. Ja. Tja. Kann ich auch gerade nichts machen. Ich kann zu ihr rüber gehen. Und ich kann sie nicht aufheben. Dann löse ich die Tierform einfach mal auf. Ach es glaube ich auch dummer ist, aber egal. Du hast Healing Hands, benutze sie. Nee, habe ich nicht. Also gerade nicht. Du hast Hand auflegen. Gerade nicht, weil mein Zug verbraucht ist. Bis Sprinten. Ja, weil du nicht, weil du nicht so ehrlich smart agierst, war es egal. Ich mach das schon. Ich hab recht viel Power. Kümmer du dich um die Kämpfer. Und der Vampir ist fast tot. Okay, wer hat mich gerade getroffen. Ähm. Ich hab noch keine angegriffen. Ich hab trotzdem schon 10 HP Kanonen. Interessant. Komm, es geht doch. Sehr schön. Jawoll, so muss das. Geht's gut dort drüben. Ja, ja, du. Ich guck mal, wie viele Halträg ich noch hab hier. Ich weiß immer. Das ist ja bei mir ein paar, aber. Ich war doch ab, nur der Rest rein. Davon habe ich mich ja gehastet. Ich kann die für mehr Aktionen. Ich fühle mich. Danny Komet. Wow, ich bin schlecht. Danny Komet ist tot. Danny Komet ist tot. Ich hab noch eine Bonus-Aktion. Die Bonus-Aktion werde ich gegen ihn hier benutzen. So, ich hab einmal die Presse probiert. Und ich hab noch sehr viel Drehungsweifers. Ich komm mal zu euch, Olaf. Du bist teilweise während der Kämpfe wirklich schlecht zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das noch in mir liegt. Dann stell mich lauter. Du hast auf Discord die Macht lauter, als von Leuten. Das ist gut. Das ist gut bei mir. Mitten im Stream. Ja, ich weiß, das ist aber nicht mein Faktor. Mitten im Kampf. Wenn du deine Einstellung versaust, dann... Ich kann nicht das hier. Ich weiß nicht, ob das... Ne, das funktioniert mit Discord wahrscheinlich nicht. Moment, die sind ja nicht verbunden. Obwohl könnte... Mal schauen. Bin ich grad nicht dran. Ja, aber nicht schlecht. Für den Elend ist nicht gut. Astarion auch. Aber sie hat Plot-Armor. Was ziemlich merkwürdig ist. Wenn sie stürmt, dann... Sie hat keine Plot-Armor. Sie hat als Asima die Option, dass sie permanent Death-War dann hat. Weil sie als Unsterbliche gilt. Das heißt, sie ist sogar noch ein bisschen stärker als der durchschnittliche Asima. Sie ist halt quasi einfach ein göttliches Wesen. Sie kann halt nicht sterben, weil sie Unsterblich ist. Punkt. Das ist einfach so. Okay. So, grad noch gehält. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wen hab ich gehält? Ignorius, hau einfach auf Catherick. Wen hab ich eigentlich gerade geheilt? Ich hab doch... Wen hab ich geheilt? Du hast niemanden geheilt. Aber ich hab doch gerade... Du hast keine Aktionen mehr. Ich hab Handauflegen gewirkt. Nein, ich hab gerade einen Heiltrank geschmissen. Ich hab gerade Handauflegen gewirkt. Das war meine Aktion. Ich nutze das aber auf wen? Ich hab auch... Eventuell auf den Necromiten neben dir. Okay, das ist echt merkwürdig. Jetzt kann ich mich nicht mehr angreifen. Das ist fantastisch hier heute. Ja, du tust sehr kluge Dinge. Ja, ist es heute, ich bin heute irgendwie nicht dabei. Ich bin nur zuerst, aber... Ja gut, vielleicht schaffst du es ja. Kannst du mal gerade auch wiederholen, wenn du Möglichkeiten hast. Ja, ja, ich bin irgendwie nicht... Was ist gerade passiert? Ich hab einen Healing Hands gewirkt. Was? Ich bin verwirrt. Du hast einen Healing Hands versaut, aber passiert. Aber auf wen habe ich das gewirkt? Auf mich selber, oder? Aber ich hätte... Das ist nicht passiert, weil ich hab immer noch... Hä? Oh, sie kann nicht geheilt werden, aktuell. Ach, deswegen. Aber warum kann sie nicht geheilt werden? Ähm, sie ist unter dem Effekt von Dingens... Von... Dann hätte ich mir das gesparen können. Äh, kalte Knochen. Gut, jetzt stehe ich wenigstens hier oben. Und kann mal ein bisschen smiten. Ja, gut, wir haben zwei Heilungen versaut, aber ist egal. So. Komm hoch und ich glaube, ich gebe Kethrig gerade den Rest. Und ich bin in der Sequenz. Und du bist in der Sequenz. Ja, weil ich den letzten Dray gemacht habe. Das wäre ja beeindruckend scheiße. Du bist tot. Ich kann die nächste Runde besser werden. Ich kann die nächste Runde besser werden. Im Gegensatz zum Base-Dien, die... ...dose immer okay sind. Und wollen wir noch eine lange Rast machen, bevor wir da reingehen? Weil da drinnen in der Kolonie... In der Kolonie können wir keine einzige lange Rast machen. Du kannst die Effekte von einer langen Rast mit einer von diesen Mikroniden... Äh, nee, Quatsch mit den Elektriiden... Äh... ...Technikdingern haben, die wir auch in dem... ...in dem Dingern... Äh... So, der Kampf geht weiter. Ich weiß. Wir haben noch ein paar von den Typen. Ich habe nur die Kiste kurz eingesackt. Kevrik nicht mehr dabei ist. Oh ja, der Rest ist nun auch... ...aus Anstand da. ...aus Anstand da. Oh ja... ...aus Anstand da. Vielleicht kann ich da wenigstens Fragen... ...aus Anstand da leisten. Wir holten mal kurz... ...eine davon rein. Wo ist der Kollege? Es sind auch noch zwei Gegner. Und ich das... ...nä, einer. Hier drüben neben Karnath ist der. Es ist keiner mehr. Sehr schön. Da war ich sehr nutzlos. Ja, ich hab kurz die Lootkiste eingesackt. Es scheint, wir können nicht Käfer vorhin... ... ohne ihn in den Bösen dieses Platz. Machen wir einen langen Rast? Ja, sofort. Ich hab nur einen D20 gewürfelt... ...und ich loote jetzt in meinem Ingetan. Wie mach das? Das würde ich mal ausprobieren. Okay. Das ist ein Ring. Der ist noch wenig gemacht. Der ist noch wenig gemacht. Der ist noch wenig gemacht. Darum fangen wir halt... ...Kleider Schöpfung ist noch nicht. Das ist Zauberplätze. Das ist auch nur noch. Okay. Das heißt, das ist sehr viel wichtiger. Und da können wir jetzt mittlerweile auch mehr kaufen. Das ist ja nicht irgendwas, was silberiges ist. Ach so, äh, ja, ich hab was für den... für unseren Nikomanden gehabt. In der Küste. Was, was ich brauchen könnte? Das war, da war legit nur ein Loot-Item drin und das war mit Ermahnung der Auferstandene und Ghulhand. jetzt haben wir mal das geld von den komuten ein die kräfte hier das machen und ja und pflege diabolischer pflege das mikro den davon haben wir schon 20 stück oder so verkaufen hier ist eine opulente truhe mit einem frostigen hut und nekrotische resistenz willst du einen frostigen hut schick rüber ich gucke wenn ich dann werfe den nächsten händler ein zauber du arbeitest mit zuständen das heißt hier ich habe aber nix mit eis es ist egal du musst nur irgendwie jemanden lähmen oder jemanden mit feuer überziehen oder sonst irgendwas oder leck an darf ich nicht oder irgendwas dafür nehme ich den grimm schädel nicht ab dann gibt es karl auch die hatte glaube ich nur scheiße auf den kopf oder kann auch hat ja singender strahl okay ja und sie macht ja mit ihrem licht dingen glaube ich irgendeinen zustand oder blinden er blinden oder so ist das ziemlich gut außerdem ist der hut hübsch finde ich zumindest das so ist naja nur schöner lässt sich treten hey es ist ein hut gut lange rast ein bisschen färbemittel drauf und dann geht das ach so wir dürfen jetzt hier ja hier noch aber unten in der kolonie nicht mehr deswegen sollten wir jetzt machen weil dort unten komplett nicht so lange wir müssen nur den einen kampf bedienen machen ich weiß wo der londres punkt ist da unten wieder 200 vorräte verbraucht sehr schön so muss das also hast du auch gerade kamera fahrt durch zelt schön sekunde macht er den hut hübsch ich habe noch ein rotes färben bitte ich guck mal was ich alles für scheiße im entenntal habe ich kann mal den nächsten händler betroffen das hat ja viel gebracht das ruder und das färben bitte wir werden jetzt in nächster zeit wie viele schlüssel habe ich denn alter ich schmeiße die schlüssel weg du guck mal guck mal guck mal guck mal was das was das färben benutzen gebraucht hat sieht sehr schön anders aus es ist ein bisschen grau jetzt müssen grauer gewohnt hatte ich noch ein anderes haben würde die habe ich nicht über gut hätte noch schlammiges rot aber das bringt ja echt nicht als du schlüssel möchtest hier liegen ein ganzer haufen du wirst die nicht verkaufen werden der nächsten händler haben die geben ein gold und wiegen viel zu viel und ich habe einen umgang der vergiftung wenn du einen gegner vergiftes trägst du dich selbst um einen wie vier treffer punkte aber dann immer dann immer das pro problem gift und das gift brauchst du das und ich werde das ja nein ich habe ich habe einen sehr viel besseren umhang dann welchen haben wir mal mit werfen verkehrt verkaufen nein lass ihn da ist es besser als gar keiner und ich habe dir gerade gifte ins Invertage schoben das heißt es funktioniert zumindest ab und zu mal wenn ich das die verschiedenen flächen das sind alles gifte die kannst du auf gegner schmeißen und dann hast du das werde ich nicht dran denken ich erinnere dich dran ich habe es mal karlach geben weil der den umhang grün sieht ja ganz scheiße aus gibt es gut so gibt es überhaupt irgendwas mit gift attacken so gibt es wirklich gibt es nicht das ist ja nicht alles nur die nun oder es ist hingegen gibt es aber das ist standard das ist ein bisschen unsinn voll voll gibt es generell für mich umsinn du musst du musst es allein zwerg spielen und kriegst du halben Schaden durchgift was sowieso schon wenig Schaden macht so wollen wir mal hier rein ich bin noch in der Lage ich habe gerade mal mit hallo kümmert moment okay ich wollte hier lassen ja ich werde so kurz die 2 untote rufen nachquatsch wir haben nicht genug leichen moment ich muss mal kurz runter also ich muss noch einmal kurz zurück muss mir ein paar leichen schnappen und dann ein elementar rufen dann sind wir vorbereitet ich weiß nicht wo es nach unten geht hilfe da wo ich bin nein nicht da runter sondern unter ins in den turm da drüben ja wie gesagt ich brauche noch zwei leichen die treppe runter da haben wir ja genug und dann rufe ich noch den elementar regenerieren wir meinen vierten level sauberplatz und dann ja mach ich glaube diesmal wir warten die geduldig ja wobei ich guck mal eben ob ich das Spell-Set ab noch ein bisschen anpassen kann vielleicht kannst du dir wieder vielleicht kannst du dir wieder doch es ist ein Spell doch es ist ein Spell naja hier nicht wirklich doch es ist ein Zauber es ist ein Zauber es kostet dich Zauberplätze und Punkt ja was geht ja was geht es ist nix also hier im Spiel funktioniert Counter Spell so dass du den also wie ein Pfeil also wenn du den Pfeil losgeschickt wirst dass du den zurückweist das ist nur die das ist nur die optische Darstellung der Counter Spell funktioniert wie ein Counter Spell immer funktioniert und zwar dass er den Zauber eben negiert doch er funktioniert genauso wie immer nur ist es halt naja wahrscheinlich nicht als nicht wirklich als Zauber weil es zu schnell geht oder so oder nur ein Impact funktioniert ich weiß es nicht so ich hole den Erd Elementar und soll ich mein Grazer mit dazu holen äh kannst du du kannst auch den Raben dazu holen den Raben hab ich glaube ich gar nicht mehr doch passt du brauchst die Handschuhe noch hab ich die ja so eigentlich zwei ich hab du ich hab du ich hab die Handschuhe die Streitlust im Himmel ist und ich hab die da ist das verkauft wow gute Arbeit ah die Karnach die ja Karnach hat's den Raben ja dann soll sie den gleich kurz rufen wobei kannst du mir die die Rabenhandschuhe dann nicht in den Tag kurz geben ich möchte mal ausprobieren Karnach hat's den jetzt ja doch du kannst Karnach hat die dann ausgelöst aber du der Rabert ein ein Spiel das ist sowieso es ist trotzdem nützlich genug ja ich lass das Karnach zu haben lass mich doch bitte mal Sachen ausprobieren tu mir den Gefallen und gib mir das einfach kurz ins Inventar ich möchte gucken ob das das ganze Team beschwören kann dass wir vier davon haben weil es geht bei vielen Items ok dann verkack ich jetzt den Zauber nehme ich das rüberbringen ok danke dafür fände ich jetzt lustig und das nicht mehr gebrauchen kannst ähm ja ich kann es nicht mehr benutzen ja weil ich den schon gewirkt habe und wie ich jetzt mit dem vergeben des Dings den den Zauber abgebrochen habe es geht nach der nächsten Rast wieder danke dafür Mordi das funktioniert bei vielen Items so ja cool ich weiß dass es mal ging deshalb sag ich das ist das deine Schuld das ist das deine das ist komplett dein Schuld der Rabat 1 HP und kann manchmal Gegner blenden wenn er gut trifft der ist vollkommen sinnlos hörst du mir zu oder hörst du mir nicht zu ich hör dir manchmal zu wenn ich jetzt so richtig halt was hab ich bevor ich dir die Sache gegeben habe was hab ich dir gesagt der Rabat 1 HP der taucht nix und wenn ich das gebe dann wenn wir aber vier davon haben dann kann es nützlich sein einer davon ist relativ nützlich so ich verkauf die Handschuhe in der nächsten Möglichkeit und habe jetzt gerade auch Handschuhe die Handschuhe der Macht gegeben die sonst... ich weiß nicht warum die das nicht schon hatte so rein hier so gehen wir rein die ganze Höhne ist zurück ich schaue dich impossibly weit eine einzige Tentakel durch die Stein das muss sein das muss sein wo sie die Tadpole hervenden wir sind nahe zu der Grund der Infektion jetzt wird schleimig jetzt wird schleimig ja wir fröhlen jetzt ein paar von den Mindflayern wollen wir das Systematisch durchgehen oder hä scheiß auf das Systematisch scheiß auf Systematisch ich haue jetzt die Vendran weg wir killen die Typen und dann let's go wir übersehen das Sett die Hälfte hast du das Rätsel schon entdeckt was dort hinten ja ja das Sett mit dem Hirn das ist ein bisschen Lore Drop ist sehr relevant da gibt's ein bisschen was an Lust dran ja das ist egal geh mal hier lang da geht's zum Metzger ja können wir können wir an den Metzger töten da hat ja irgendwas wir sehen jetzt erstmal okay wir haben wir haben uns nicht mitgenommen diesmal ich kill ihn ich rieche gerade mit ihm der ist vollkommen irrelevant der Kollege ja kann denn seine Gedanken entringen können seine Gedanken entringen okay jetzt sagst du nicht viel okay jetzt haben wir einen Kampf ja gute Arbeit mit dem Hirn mit dem Hirn ja bringen Kampf raus schießen Kampf irgendwas lass es der Typ kann nichts und die hier die sind mit die sind quasi One-Shot weg irgendwie gerade bewiesen ja pass auf wir können hier nicht wir können hier nicht langlassen doch können wir das ist ein rohles Gebiet das ist ein feindliches ja das ist schön es gibt trotzdem einen Punkt der zumindest die Effekte haben wir können halt jetzt nicht ins Lager und Zeug auswechseln ja es gibt diese es gibt diese Dinger diese 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 komischen äh Tentakel Dinger die du anfassen kannst und dadurch dann ja ne dafür verbrauche ich kein Space-Lot geht auch so ich habe so schon genug Power ich muss hier keinen Space-Lots-Farber stecken ein normaler Angriff ist schon stark genug ein kratzerlos beiß viel stark viel bis ist bei der gleichzeitig ich war am Helmen ich war am Helmen liefen wir müssen ein paar Hürne haben zum werfen nein ich will keine hier nicht bin nicht mehr auf ich will nicht mehr darauf basieren sondern auf Sneak Attack äh willst du ein paar schicke Helme die absolut keine Bonus-Effekte haben Ja, kann man verkaufen. Nächsten. Ein Blau. Okay, ich schieb sie vor. Und der hat einen Bauplotz dabei. Und Fleisch. Ja, ihr willst nicht wissen, woher das Fleisch kommt. Ich sehe, woher das Fleisch kommt. Guck mal, was er hier aufgehängt hat. Ja, haben wir eigentlich die ganze Verständnis... Holt glänzende Wappenhelm. Wo hast denn den her? Vom Tisch. Er gehört einem von den Leuten, die da oben rumhängen. Okay, der bringt aber absolut nichts. Nö, er sieht nur schick aus. Ich habe was zum Berühren. Ah, lecker. Warte, wirst du nochmal? Warte, warte, stell mich mal hier hin. Und du drückst nochmal drauf. Auf was? Ja, komm mal her. Einmal drücken, bitte. Dir gibt es eine tolle... eine Katze nicht, aber... Ich kenne die Animationen. Neue Hölle. Es ist überall. Ich kenne die Katze nicht drin. Ich weiß, ich will das aber nicht, danke. Ich bin jetzt in Blut gemalt. Ich habe das hier mehr als ausgiebig... ähm... erkundet, danke. Du brauchst mich hier nicht zu zeigen. Wie klar... So, hier weiter. Da ist, glaube ich, drüben gleich das Rätsel. Äh, wir machen... Wir holen erstmal die Leute raus, würde ich sagen. Äh, ich habe hier gerade einen Todeswirken. Das ist ja mal ein interessanter Kampf. Kommst du bitte rüber? Ich will die Main-Fair ja nicht alle allein töten. Ja, ich bin hier beim Todeswirken. Sekunde. Wo rennt sie denn wieder hin? Wo bist du denn? Warum rennst du in die Schlafzimmer von den Typen? Und zu dir. Der ist weg nebenan. Das könnte man den mal... Ich kenne mal ein paar... Erfahrungspunkte sammeln, dann nehmen wir die mal töten. Ja, das ist schön. Hier gibt es... Hier gibt es Fichtgegner. Gehen jetzt erstmal rüber und holen uns die Tieflinge und alles raus. Wir fehlen ein paar Mind-Flayer. Wenn du meinst. Mind-Flayer und Zivilisationen. Seite bei Seite. Ich fass das an. Wenn du es dir erst nicht verpasst. Das Gerät ist öffnet zu Ihren Tadpoleskommand. Zu Ihrer Autorität. Oh, mein Flayer. Ja. Jetzt können wir die Sachen... Ich bin nur für die wir haben. Ich häste. Und ich tue sie. Oder auch nicht. Ich habe hier zwei auf meiner Seite. Wir hoffen, dass nicht zu viele von denen freundlich sterben. Wir sorgen dafür, dass keiner von denen stirbt. Ich kann mal schauen. Cephlo ist bei mir auf der Seite. Ich kümmere mich mal um den. Ja, schau mal. Hier. Ich kümmere dich um deine Seite. Alles gut. Der Typ hier ist auch gleich weg. Schade, er hat uns noch mal geschafft. So viel zu, der ist gleich weg. Kratzer ist dran. Hier ist ein Hirn. Kratzer, man kann mal irgendwas erbeißen. Sehr gut, Kratzer. Ist fein gemacht. Das war nicht schlecht. Ja, alles. Paladin. Die sind recht stark. Das solltest du eigentlich wissen. Äh, dann... Wie greift die denn jetzt am besten an? Ich muss, um den anzugreifen, einmal drum herumlaufen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ähm. Ja, musst du. Oder so. Dann greift die jetzt so an. Oh nein. Warum bin ich denn jetzt schon wieder fast am Sterben? Oh nein. Oh nein, sie haben Kratzer getötet. Die sind jetzt die Schweine. Und? Ist nun ein Hund. Ich hoffe, der ist nicht wirklich tot. Nein, ist er nicht. Du hast gesehen, dass er gerade entschworen wurde. Also. Das werden sie büßen. Jetzt müssen wir uns ja leider umbringen. Cool. Die haben mir gerade das Hirn rausgezogen. Ich wusste nicht, dass sie das können. Muss ein neuer Move sein. Hm. Du bist ziemlich tot. Genau. Ich habe auch ein Gleich. Jo, ich bin auch tot. Ja. Soviel dazu. Ich habe vorhin nicht gespeichert. Ich weiß. Aber wir müssen den Kampf sowieso tun. um unsere Quests da durchzuführen. Ja. Ist halt scheiße, dass der Elementar so eine schlechte Inditativ hat. Weil der kann die halt prone hauen. Und dann können meine anderen Seite... Mal schauen, wie werde ich mit Kardach hier noch kommen. Wahrscheinlich nicht so weit. Was ist das? Ja. Der Planeten ist tot. Und wer ist los? Ach, nein. Okay. Ich hab den Fall schon ausgeregt gehabt. So, hier. Das ist nochmal 24 Schaden und 24 Heilung. Du kannst ihm aufhelfen. Das Konos anzunehmen nochmal. Den lustigen auf den Boden legen. Okay, Mind Flayer nicht aussaugen. Merken wir uns. Okay, ich kann mich leider nicht selber heilen, weil ich bin mit K. noch unterwegs. Andersrum. Da ist es besser. Wenn du mal die Möglichkeiten hast. Äh, Sefflor heilt manchmal auch. Wenn du mal die Möglichkeit hast, könntest du mal vorbeikommen und... Ja, ich muss jetzt erstmal meinen Main Character zurückholen und den Schaden zu machen. Eine Mind Flayer schon gedauern. So, dann versuche ich mal den hier. Ich dachte, er hat mich fast überzogen. Ich glaube, du musst ein Schaden, oder? So viel dazu. Trittscher-Feheschnik. Der Mind Flayer ist zurück. Schlecht her. Decks Haltungshilfe. Ja, noch. Der hier das noch angreifen. Und die One-Shop. Und da waren es ja nur noch zwei. Ja. Ein Dreier. Ende steht bei mir drüben. Und für eine schlechte Harder. Es ist vollkommen... Es ist vollkommen möglich, dass der Elementar das Ganze allein tun kann, weil der hat keinen Verstand und geht entsprechend nicht. Also... Mal lieben Ziel für Psychisch haben. Ja. Der Gute ist buchstäblich hirnlos. So. Ich kann ihm helfen. Ich möchte mal eine überlegene Heilung rein. Okay, Minus-Ein bei Mind Flayer. Z-Efford getötet. Ja. Äh... Kann ich noch was in der Grunde geskippt, oder was war hier los? Ähm... Scheinbar. Ich glaube, sie ist beträubt. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Das war aber für eine Runde. Oh, er ist aus dem Untotenschutz raus. Das ist nicht gut. Ich liebe es wie nützlich. Ich bin für die Kämpfer. Das ist ein schönes Zuschauen hier. Spiel ich schon mal Paladin. Wenn sie nur das wie nie zuvor. Und Carla ist wieder beträubt. Also, ich gehe dann mal ich kann mir auch mit Essen machen. Bis gleich. Ja, ja. Mach mal. Ich bin hier, ich kann hier, ich kann hier, ich kann hier, ich kann hier komplett zugucken. Also, Karl, mein, mein Kahn ist am Sterben. Karl auch ist betäubt. Ähm, also hier drüben ist noch irgendwas, wenn du es nochmal hier rüberkommen willst. Also. Ja, alles gut. Ich habe gerade aus Versehen den Org. Ich habe noch nichts Produktives gemacht. Ich habe den Org getötet versehentlich. Ach, ist nur noch ein wichtiger NPC. Ich weiß. Hat überhaupt einen Arm. Der ist auch nie wieder aufgetreten irgendwo. Ja, hat er. Aber der ist nie wieder irgendwo aufgetreten. was da ist. Joa, ist halt scheiße. Ist halt ein bisschen schade. Jetzt darf ich wieder Zeug werfen. Kannst du mal ein Held mal drüber werfen? Friss den Ruhm der absoluten. Ich dachte, du bist nicht mehr werfen wild. Bin ich auch nicht, aber ich habe keine Distanzangriffe, die effektiv sind. Das macht mehr Schaden als meine Teile. Ich könnte mich theoretisch, Shadow Step mal entsteht dem mitten im Licht wegen Carla. Das heißt, Die ist auch gerade verwirrt. Die ist gerade. Sieht ja nichts. Ich kann aber hier rüber. Nicht porten. Also, ich bricht mal wirklich mal jemanden, der mir aufhilft, weil sonst bin ich gleich ganz tot. Das wäre mal langsam nicht Zeit. Das wäre mal Zeit, mir einen Tramp rüber zu werfen oder so. Du stehst ausgleichend da, wo ich dich siehe erreichen kann. Das heißt, ja. Ist ja gut. Geht gelaufen. Kala steht auch da. Die könnte mal aufhelfen oder so, aber es ist gerade ein bisschen... Hm. Ich warte drauf. Sie könnte, aber dann müsste sie die Dinge tun. Und sie tut doch so ungern Sachen. Na ja. Ist jetzt gerade beträubt. Starion steht da so schön rum. Naja, ich hau erstmal eine Plage rein. Dann mach den Kollegen fertig. Wenn wir nicht mehr im Kampf sind, dann kreilst du ja instant. Das heißt, das ist die beste Möglichkeit. Na, das tue ich nicht, aber ich kann mir zumindest aufhelfen. Du stirbst zumindest nicht automatisch. Okay, ich kann nichts tun. Sehr schön. Wir haben nur noch ein Hirn. Was für ein schöner Kampf. Ich bin nicht mehr. ich glaube, es ist auch noch schlimmer, als du denkst. Wahrscheinlich, du hörst, dass ich verabschied, oder verabschied, oder ein anderes Lied, kleiner als die Wahrheit. Wir wurden durchsammelten von Kultisten, ja. Und dann, ich hörst, sie, der falsche Gott, sprach, in meinem Kopf. Ich wäre wieder ein Paladin. Mit einem Gott, ein Gott. Gott's power, everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the absolute. For a moment, I welcomed it. They did? Oh, sweet gods. I have no right to... I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Cetheric is below. He thinks you're... Only if you can trust it won't be buried in your back. Go, my friend. Ah, yeah. Can someone now... Fantastic. Yes, you can... You can do it yourself. Okay, that means we're going to the place now, where the... A little bit of pain, if it's bad. Should I set myself here, or...? We have also shortlets, that's why we don't do that. Ah, I'll take a moment of misery. I'll take a moment of misery, right? But empty of tadpoles. Do whatever you don't like. Harvesting all the larvae indicates, they are getting ready for something big. Go on and gloat. Bow to your pretend crowd. All done? Good. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Ich bin scheiße im auftreten. Ja, sehe ich anders. Ich kann nichts schaffen. Ich bin verdammt. Du willst den Pup aus seinem Pakt erheben. Und du denkst, dass das idiotische Display das machen würde? Ich kann nichts mehr machen. Oh, bravo. Oh, bravo. Fine. Ich will spielen dein Spiel. Aber... Clause F, section 9. Soulbinder shall bestow, reward, or favor. Oh, now. Your eyes turn to the control panel. The controls are open to your tadpole's command. To your authority. Tja. Und ich nehme die dritte Option. Was ist so viel dazu? Das ist das Beste, was du hast? Oh! Was ist passiert? Dein Herz brennt roh-haut. Gut, so viel zu dem Vertrag. Gut, da haben wir noch jemanden verloren. So, Gale ist jetzt... Emdi, Will ist jetzt am Arsch. Ja, gut. Jetzt haben wir noch... Und Kalach auch. Ähm... Sparenlos, sie weiß nicht was passiert ist. Wir haben damit effizient noch... Den? Ich hab mich selber nicht getötet. Hey, du wolltest, dass ich das auslöse. Der ganze Stream hat es gesehen, alle... Wir haben jetzt Kalach-Aventure verloren. Wir holen ihn zurück, das muss wegen... Es ist... Wie kann ich das passieren? Das kann doch noch bei uns. Äh, ja, natürlich, die explodiert nur irgendwann. Also haben wir jetzt alle Chancen auf Rettung von ihr verloren, oder was? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, das ist... Ich hab ihre Story nie gespielt. Können wir das nochmal erinnern? Ich werde mich nie interessiert. Können wir das nochmal erinnern? Können wir das nochmal erinnern? Das ist Chancen irgendwie... Ne, wir leben jetzt mit der Entscheidung. Nö. Ich hab sie gerade Roman und jetzt hab ich... Ich glaub ich hab's mit ihr verkackt. Ich wollte sie retten. Wir haben jetzt noch... Wir haben noch effektiv welche... Welche Charaktere dann? Wir haben noch... Lesel und Gale. Und Helsin. Ey, wir müssen das nochmal neu machen. Irgendwie. Und Mietlinge, nö. Müssen wir nicht... Du hast entschieden. Ich hab gemacht, was du wolltest. Also... Ich muss das nochmal neu laden. Dann lad halt neu. Dann müssen wir halt den ganzen editiven Kampf nochmal machen. Ja, dann kann ich auch mal mitkämpfen. Nein, kannst du nicht. Es wird genauso enden. Ein letzter Autosave ist... Ich hab ein letzter Autosave hier. Mal schauen, wo das ist. Ich will Kallach jetzt nicht nach dem Kostkampf verlieren. Das wäre schon ein bisschen scheiße. Das ist da. Ja. Das machen wir nochmal. Dafür haben wir heute Zeit. Kann ich es ja jetzt nicht mal versuchen. Musst du nicht nochmal machen. Kann ich vielleicht jetzt mal mit Bezüger sprechen. Ich bin auch besser am Auftreten wahrscheinlich. Ja, ich hab von... Ich hab da wahrscheinlich sogar Profession drauf. Ich hab da wahrscheinlich sogar Profession drauf. Auf Auftreten wahrscheinlich sogar Profession. Weil... Ich hab ja von... Ich hab damals mit Dingens mit der Waden gesprochen. Und ich kann ja Musik spielen. Ich hab ja so ein bisschen... Du hast Profession mit einem Musikinstrument, nicht auf Performance. Und ich hab ja noch einen Kostkampf. Ich hab's nicht mehr gegenseitig. Ich hab das Video gemacht. Ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen, was da passiert. Nichts. So wir sind hier. Wir haben einen Eingang. Auf gehts. Jetzt mal ein bisschen speichern. Ja, wie sehen wir den Metz da unten? Wie gehen wir dann auf gehts? Ja, dann auf gehts. Lass mich vorher speichern. Nein. Ich bleib mal hier stehen. Vielleicht kann ich hier ein bisschen kampf machen oder nicht. Nicht direkt bei dem Manflare einen Stier. Ah, der Elementar hat eine gute Initiative diesmal geführt. Immerhin. Gut, diesmal mache ich nicht dumme Scheiße. Sondern ich mache einen. Vielleicht kann ich diesmal mitkämpfen. Das hier. Das war nicht schlecht. Ja, ich bin auf Darkness aufgebaut. Aufgebaut. Aber Cephlo ist jetzt... Und du denn? Ach, der braucht einen Schritt nach draußen. Macht aber nicht. Doch. Cephlo ist ziemlich heftig. Ja. Diesmal töte ich vielleicht auch nicht den... Dingens... Den... Org. Sie ist blockiert. Okay. Woher kann... Erb von Avernus Brandmachten niedstrecken? Okay. Ja. Ich dachte, die hätte wirklich das Niederstrecken gelernt. Wir können Branding Smart. Okay, Kratzer. Ja. Was kannst du? Nix. Du gehst mal hier drüber. Cool. Der wird also gewonnen hittet, sagst du? Ja, so ziemlich. Wieso? Da drüben werde ich nicht mehr gebraucht. Dann geh ich mal... ihn nur dafür... mich unterstützen. Okay. 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 So wird das was. Und mein Flayer ist da. Das war sehr effizient. Ja. Wenn ich mal mitkämpfe... ...habe ich Leute aus dem Leben. Gut. Der hier ist in der Darkness. Das heißt, der wird ziemlich gefickt werden. Ah. Kalach ist wieder... Ist nichts Neues. Das heißt, der wird ziemlich im Arsch sein. Kalach ist wieder betäubt. Mal was Neues zur Abwechslung. Steht der mitten in der Darkness oder was? Spannend mitten in der Darkness natürlich. Meine Frise gerne. Das mach ich mit dir. Ja. Fantastisch. Kalach wird wieder getötet. Nächstes Mal wird Kalach getötet. Vorher war ich das. Ist hier bei mir drüben noch jemand? Nö. Dann komm ich da mal rüber. Oh. Oh. Und sie ist tot. Ich brauche dir Hilfe. Nö. Noch stehens noch. Ja. Wegen der Ausrüstung, die sie hat. Und man nicht mehr lange. Ja. Aber der eine Kollege, der sich gerade geheilt hat, der wird vielleicht niedergeschlagen. Dann können die anderen von ihm helfen. Ja. Und der Vampir wird von den kleinen Hirn kaputt gemacht. Natürlich. Und was sonst? So. Schalten wir nicht erst dran. Auf geht's. Ja. Er fordert sich jetzt gleich zu dem Kollegen, der schon angekratzt ist. Wenn noch Platz irgendwo in der Nähe ist. Es ist nirgendwo Platz. Kümmer dich mal. Mein Gott. Ist ja hilfreich. Du irgendwie herum. Wo darf's jetzt hier? Nimm mal den Gelegenheitsangriff mit. Aber auch nicht. Der fällt den Türen auf mein Gott. Nein. Zu Karlach darf nochmal. Soviel dazu. Ja. Der hier kriegt gleich richtig böse Schaden. Oh, der Lot. Das waren 41 Schaden. Oh, der Hund lebt noch. Ja. Und der Ork lebt noch. Der Hund lebt nicht mehr. Weil er in deiner Damaging Zone stand. Ja. Ey. Lebt hier noch irgendwas? Ja, da hinten. Und der eine Mindflare. Wo ist der Mindflare? Der liegt auf dem Boden neben den Summons. Den haben die... Der ist bei den Summons und die haben den ganz gut unter Kontrolle. Dann gehe ich mal hier rüber. Ja. Warum wird das auf einmal hier rumgehen? Weil die Kamera bewegte. Ich kann auch blicken mal das hier. Der greift nie mit Kampfangriffen an, aber cool. Was soll das? Bleib ich frei. Ja. Eine Bonusaktion. Automatischer Fehlschlag, weil Summons. Schön. Die Badina down. Ne, noch lebt hat er genau den Schindern. Ich kann mich überlassen. Ich kann mich überlassen. Oder den Morg. Das war's mit dem. Das war die Gegner noch. Einen habe ich hier vor mir. Einer ist weg. Das kleine Libyen hier noch. Ja. Das war's. Ja. Und Carla lebt. Ich, die anderen, die Ambush. Was hast du damals antwortet? Mach einfach. Vielleicht kriegst du ihn auf unsere Seite. Du redest jetzt nicht mit mir zu. Doch, ich nehme nur die andere Seite. Lass mich das machen, verdammt. Und meine Fresse. Es war zu spät. Ich war nicht nur zu spät, du redest mit dem Tiefling. Ich werde nicht Kethery. Wenn ich mehr Survivoren gefunden habe, werde ich sie finden. Und lebe sie weg. Geh, mein Fresse. Wie du versaußt es wieder. Ich speichere mal kurz. Wenn es nicht schon zu spät ist. Ich bin mitten im Gespräch. Hast du jetzt überzeugt, den Vertrag zu ändern, oder? Es gibt kein... Es gibt mit Auftreten keine andere. Ich habe aber die Kapsel auftreten können. Aber es gibt eine Option, dass du sie überreden kannst, willst, Vertrag zu ändern, um jetzt zu einem freien Mann zu machen. Das ist durchaus möglich. Ja, das... Das kann man im Camp machen. Gut Arbeit. Aber hier schon mal... Ich muss schon mal anbleiben. Ich bin weg von hier. Aber nicht schreit. Wenn du das überreden kannst. Oh, und fragt Will, wie wir uns getroffen haben. Also jetzt haben wir das. Und Carla hat es nicht komplett verabredet. Auch mich, obwohl ich damit nichts zu tun habe. Okay. Ich brauche deine Hilfe. Okay. Das war eine Rumiwelle. Nein, ich stelle mir mal kurz kurz. Oh, und du... Cool. Jetzt habe ich die Rechte wiederherstellung verbraucht. Toll. Du musstest ja unbedingt eine kurze Rast reinhauen. Nein, Carla hat sie gebraucht. Die wäre gleich aufgegangen. Hat sie nicht. Ich hätte eine ins Spiel. So, Unterkunft. Machen wir die Kollegen da hinten fertig? Alles klar. Wenn du auf mich wartest. Ja, ja. Ich hau... Ich hau... Ich hau... Ich hau denen gleich einen Eissturm rein. Dann sollte das passen. Let's go. Oh, mies. Die beiden sind schon als erstes dran. Dann platziere ich die mal taktisch hier. Das sind nur Toninoiden-Tanks, die du werfen kannst. Deshalb platziere ich die beiden gerade hier. Mit Aufhebung und für einen späteren Kampf. Ich habe eine Rauchpulverbombe. Let's go. Ich stehe ja sehr gut hier. Jo, ich mach mal kurz die Jungs hier hinten fertig. Ich habe eine Rauchpulverbombe. Holy shit. Nicht reingehen, Eis. Oh, ich kann mich teleportieren. Äh, ja. Das ist ganz cool. Äh, und jetzt eine Knolle. Auf. Ist der aber ein Schlick noch da hinten? Ja, ich weiß. Ich gucke halt was für ein Zauberer ich auf das Ding hau. Machen wir mal einen Schock-Schock-Jeder. So viel dazu. Der Haar-Wirkel ist dran. Gerade auch mitgefinisht. Der Haar-Wirkel wäre so tot, wenn ich sie nicht gehelt hätte. Äh, mach mal eben die Skelett-Hülle kaputt. Zu spät. Und hier war ich drüben. Warum, warum schmaltest du da 3 HP? Ich weiß auch nicht. Denk doch wirklich taktisch, meine Güte. Ja, wir blockieren hier gerade alles für dich. Springen kann ich gerade nicht. Können dich fixen, Malten. Dann kann ich da durch. Nee, in der nächsten Runde sind die beiden Eisenfinger und... Du hast eine 66. Spiel, das kriege ich mit meiner Föhne an. Und du verkrieg das hier noch. Können Sie dich. Lass es einfach, beende einfach deinen Zug. Ich kann das hier machen. Warum? Ich mach's da auch was. Ja, Mistislepp. Schöne Platzierung. Hinter mir finde ich äußerst schlecht. Ach, die kommen nur zu dir. Ähm, der lohnt sich nicht. Können Sie ja nicht auch nicht. Hier, hau den. Die Skelett-Hülle ane machen. Ach ja, stimmt. Da war was. Na ja, kümmert man sich die beiden drum. Wobei die, glaube ich, eh nicht gekommen wären, weil ich glaube, die Beschwerungen sind gerade tot. So. Ist es irgendjemand hier? Ja, hier. Jetzt nicht mehr. Ich gehe mal aus dem Weg. Wo ist der andere? Äh, überlass die andere, überlass die andere am besten den Zusammenhang, die sind da super effizienter. Ich kann mich teleportieren. Und du blockierst den Weg. Entschuldigung. Keine Wege frei machen. Das ist nett. Na doch, hier ist gerade so genug Platz. Jetzt stehst du mir im Weg. Fantastisch. Okay, jetzt hat sie gezählt. Äh, lass sie mal in Ruhe. Ja, lass sie mal in Ruhe, bitte. Wieso sollte ich? Ich würde gerne den einen Ghul heilen. Ja gut. Krass geht eh dann. Es ist ein bisschen Blitz hier. Ja, ich möchte auch trotzdem einen Ghul gerne geheilt haben. Da habe ich mir noch den Blitzschuh an. Eigentlich nicht wollte, dass du in die Nähe gehst. Ich habe Wasserfunkler. Ich bin jetzt ein bisschen geladen, der Boden. Ja, das ist schade, jetzt hast du noch mehr Schaden. Der Boden ist geladen. Gut, ich gehe aus dem Wasser raus, meine Fresse. Unterwegs. Das ist auch ein Grund, warum ich dich nicht da drüben haben wollte. Wozu habe ich denn diese Schuhe überhaupt? Bring dir irgendwas? Ich weiß es nicht. Die wolltest du beim letzten... Nein. Sie bringen dir was, wenn du als Solo-Camper vorne bist. Da wir mehrere Nachdenken haben, nimmst du damit eigentlich... Ich habe Schuhe, die mir badische Inspiration wiederherstellen. Warum auch immer. Ich gucke mal, habe ich Schuhe im Inventar im Moment? Irgendwelche mit einem Nutzen? Ich kann dir badische Inspirationsschuhe geben. Nein, bezieh einfach irgendwelche anderen Schuhe an oder geh barfuß. Weil die Blitzschuhe, die fucken nur die gesamte Gruppe ab. Okay. Wir bringen im ersten Akt ein bisschen was. Aber an dem Punkt, was soll so viel Wasser und Eis und so weiter... Das ist okay, ich kann jetzt badische Inspiration wiederherstellen. Ach mal, welche Inspiration. Ich habe jetzt tatsächlich badische Inspiration hierherstellen. Mal schauen. Hat nichts wirklich... Ich glaube nicht. Ich habe den... Ich habe jetzt einen Space Lord für badische Inspiration, die der herstellen. Also wenn... Wenn wir irgendwann mal jemanden haben, der badische Inspiration hat, das ist dann... Eventuell im letzten Kampf, Wurlof. Dann müssen wir mal den nicht töten. Ob wir ihn töten. Der ist legit eine lore-relevante Person. Wenn jemand in diesem Spiel Plot-Armor hat, dann er. Nee, hat er nicht, weil er in Baldur's Gate, in Akt 3, durch die Spydern. Da gibt es eine ziemlich gute Chance, dass er drauf geht. Weil da wird er... Da wird er... Da wird er... Da wird er an mehrere Kisten TNT gebunden. Und wenn du ihn nicht rechtzeitig, während des Kampfes befreist, dann macht es um. Und der ganze Wagen, mitsamt Wurlo, fliegt in Luft. Äh, ja, aber das ist eine Quest, die musst du eigentlich lösen, oder? Nö, du kommst auch super ohne zurecht. Aber Wurlo ist halt danach tot. Das ist halt der Fehlteil komplett. Ja, das ist suboptimal, weil er ist halt legit... Einer von denen, die... Bücher für... Nicht nur universumsintern, sondern auch für... Normales D&D geschrieben haben. So, gehen wir jetzt hin. Schwierig, wenn es den Halt nicht mehr gibt. Äh, wir nehmen einen langen Rast. Ich mach kurz die Typen hier fertig. Dann stören die uns nicht mehr und dann... Wir können hier gerne einen langen Rast machen. Doch, können wir. Okay, dann machen wir einen langen Rast. Deshalb gehe ich krass hier hin. Ja, geht an den Tentakel-Dingern halt, ne? Wozu... Bin ich ganz woanders? Ich weiß, dass du ganz woanders bist. Dann skipp einfach deine Runden. Ich krieg das hier schon hin. Das sind ein paar Hirne. Nächster. Du kannst doch einfach die Hirne kaputt machen. Die in deiner Nähe sind. Na, die kommen sowieso. Nö, dafür verbrauche ich keinen Spells. Das geht doch so. Ich hab die Pulverisiert mit meinen normalen Angriffen. Bin ich mal Angreifer als Paladin dran, aber richtig. Ich hab zwei Bonus-Angriffe mit dieser Waffe. Ja, zwei. Also, ein. Und ich war weiser. Und du willst jetzt hier schon zu Catherick runter? Nein, aber da vorne kannst du eine lange Rast machen an den Tentakel-Dingern. Mehr oder weniger, man kann nicht hier. Wenn du vielleicht weißt, wann man da runter zu Catherick kommt. Nein, du heilst dich nicht. Du kriegst auch deine Spellsplats wieder und den ganzen anderen Scheiß. Das Ding ist unendlich nutzbar. Wie du vielleicht weißt. Du hast es nie genutzt. Du hast es nie genutzt. Ich hab's genutzt, aber... Ich glaub nicht, dass mir das Base zurückgebracht hat. Du hast es also einmal genutzt, willst du damit sagen, oder? Ich meine nicht, dass der mir das Base zurückgebracht hat. Ich hab ihn. Doch, du hast es. Okay. Das ist das Ding, was du als Boss-Corporeation machst. Das macht dich natürlich voll. So, komm vorbei. Du hast es immer wieder. Du hast nur das Bonus-Effekt. Nimmst du dir halt dich deine Summons weg und den ganzen mit Spaß. Wir können gerne mal gucken. Ich hab aktuell null Stufe 5 Zauberplätze und so weiter. Hm, ich hab plötzlich wieder alles. Und die Summons sind voll. Und so weiter. Das Ding ist nämlich besser als den Long Rest. Das bedeutet, ich kann jetzt auch die anderen Summons holen, die ich hab. Dann mach das mal. Ja, was im Endeffekt heißt, ich kann die Quasiten holen. Ja, ja, mach das Rätsel. Das war ganz in der Nähe hier irgendwo. Das war im Nachbarn oben. Ach, hier sind die ja. Wo genau? Ach, da drüben. Vielleicht. Hier waren wir noch nicht. Dominik, pass noch mal rein. Oh, hier kommt ein relativ heftiger Kampf. Sollst du mal mitkommen? Du meinst, der gegen den Todesherrten und den ganzen Spaß? Und dahinter ist das Rätsel. Oh, ich nehm doch kurz den frischen Verstand mit. Du musst dir mal. Alleine schaff ich das hier relativ schlecht. Ja, ja, alle sechs von uns kommen doch. Oh, ich bin im Kampf. Ja, Moment. Dann mach ich folgendes. Ach ne, scheiße, geht ja nicht. Ich werd ja jetzt gleich wieder enttüren. Ich nehm, ich weiß nicht, wie... Stimme. Ich bin der Azubi. Ich bin der Azubi. Ich bin der Azubi. Boah, aber wenn wir aktuell nichts können. Oha, Vergetungszomber. Oh, die haben auch solche Flugpücher. Ja, ja, die haben auch gute. Du musst da aufpassen mit. Ja, der greift gerade noch an. Und die können lähmen. Die sind aber nicht sonderlich stark. Die sind vor allem weit weniger effektiv als meine. Einer greift gerade noch an. Die verhindern vor allem, dass wir den Todesjotten anwälten. Ich kann daran, dass du ihn angreifst. Ich habe einen importierenden Elementar und mehrere fliegende Ghule. Und der hat sich einen neuen verschworen. Das ist das Problem der Todeshirte, kann sich neue Dinge verschworen. Ja, das ist ein untoder Nekromant, ich weiß. Ich habe die auch schon benutzt im normalen Dingens. Ich bin gerade unsicher. Kannst nicht, äh, in unserer Halloween-Runde, D&D, kannst nicht sagen, dass einer von euch einen Todeshirten gespielt hat? Ich habe keine Ahnung. Also einer hat irgendein Skelett-Typ gespielt, soweit ich weiß. Ich glaube, das war ein Todeshirte, soweit ich mich erinnere. Oh, Moment. Also einer hat irgendwie die Mutter von der Hexe gespielt, äh, ne, die Tochter von der, von der Ark gespielt. Wir reden nicht, wir reden nicht über die Lore von dieser Welt. Also das macht's jetzt nicht. So, der ist unter Command. Und du darfst dich jetzt. Können Hexen überhaupt Kinder kriegen, oder? Äh, ja, ähm, tatsächlich schon. Und das ist als, ich glaube, Hex-Blood, als spielbare Rasse da. Bisschen lustig, die können sich Haare und Zähne rausreißen und damit ein Kommunikationsgerät bauen. Ah, ja. Ja. Hexen-Magie. Ähm, ich bin hier ein bisschen umzingelt. Noch. Ich hau da gleich einen Feuerball rein, dann bist du nicht mehr umzingelt. Dann bin ich tot. Danke dafür. Ich stehe in keinem Mobbingkreis. Vielleicht. Lass mich vorher weggehen. Die sind tatsächlich alle in einer sehr schönen Fireball-Range. Ich weiß nicht, er hat gerade eine Feuerball. Ja, mach's bitte so, dass ich nicht dabei draufgehe. Ich hab mal jetzt einen Fireball reinzunehmen, nein! Dann ist ja gut. Ah ja. Wie kann ich jetzt... Ja, hier, da komm. Der ist tot. Dann schättern wir mal im Radius um mich herum. Und du liegst lachend am Boden. Das passiert. Das ist mir mit meiner Milch komischerweise nie, was passiert in der Verge. Ja, du hast auch nicht das Amulett von dem lachenden Milch mitgenommen. Doch, ich hab das mitgenommen. Das hat er die ganze Zeit gehabt. Der ist nie... Der das wahrscheinlich nicht super beherrscht. Du hast es wahrscheinlich dann einfach nie benutzt mit Shatter und so weiter. Weil das ist ein Effekt, der relativ häufig passiert, weil der Waste im Safe super hoch ist. So, Schaufel kommt ab. Das ist halt relativ scheiße im Kampf, wenn du da sitzen musst. Das nimmt dir nur die restlichen Aktionen für eine Runde weg, das geht schon. Ich hab das Ding noch aus Versehen ab drei abgegeben, das Ding. Weil dann, wenn in der Gruft das richtige Grab öffnet ist, dass du das dann so viel verlierst. Du verlierst das nicht automatisch, du kannst dich immer noch entscheiden. Und ich werde mich entscheiden, das nicht abzugeben, weil es ist der Fernsehmein. Das war ein bisschen scheiße. Ähm, ich weiß. Aber ich habe dafür einen richtig fetten Aue-Angriff gemacht. Du hast da hinten eine Long Rest, also beschwer dich nicht. Wo ist der Todes-Hurte? Da hinten? Dann gehe ich da mal hin. Ja. Oder auch nicht. Oder ich lege mich hin. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, Eis ist von Paris, aber... Und ich sterbe. Ich auch. Du stirbst nicht. Ich bin hier der, der grad tot ist. Ich hab noch bei Elffelds Spiel. Ich bin gar noch die Fässer nicht. Wir würden uns den Todes-Hurten rüber. Äh, ich flieg grad rüber. Du bist tot. Nicht ich, ich. Der... Goal. Ich würde sagen, aus dem Untoten-Schutz raus, aber... Ich bleibe gleich wieder drin. Okay. Du kommst nicht mit rüber. Nein. Du kannst dich hier nicht drum kümmern. Du bist nicht wieder... Stimmt. Das sind ein paar fast gute... Zombies. Alles gut. Ich kann nicht mal für sie wieder aufstehen. Langsam. Oh, ne, guck. Schau, das ist der Ende. So, kommst du rüber zum Untoten-Schutz? Natürlich nicht, ja. Ne, ich werde getötet. Äh, fantastisch. Ich kämpfe dann mal wieder nicht mit. Die Toten regeln das. Keine Sorge. Wir beide kämpfen nicht mit. Aber wir haben absolut noch Karnach und... Äh, äh... Was hat denn ein Ghul gequält? Was hat denn ein Ghul gequält? Oh Mann, jetzt muss ich mir wieder Leichen suchen. Und Karnach. Äh, K... Okay, Karnach verteidigt sich. Ach, sie hat ja den Rückschlag-Dingens, wenn es angegriffen wird. Ja. Die... Alle sterben, weil sie sie berühren. Und du? Ähm, der Ghul macht gerade seine Ghul-Sachen. Und... die Produzierte. Bestimmt. Ich hab wirklich keine... Ich muss mal... Wir müssen mal wieder Tränke besorgen. Ich hab einfach keine Tränke. Die Tote wird so getötet. Ich mach einen Überlebenswurf. Ja, aber das reicht nicht. Das heißt, du musst sprinten. Verdammt. Du kannst ihn jetzt endlich mal kurz in Wiederschlagen. Danke. So geht das. Okay, Karnach ist jetzt auch tot. Cool. Schafft ihr das, Una? Dann kann Karnach irgendjemanden wieder hoch... Dann kann Karnach... äh, kann... Das Taron wieder hochleveln. Und mann auf... Alles gut. ...helfen. Ich hab zwei Summons, die relativ... mies sein können. Der Tunis wird leben noch. Ja, gerade so. Ich freue jetzt erstmal die Bewegung zum Aufstehen. Das heißt, er kann nicht abhauen. Aber er kann einen Summonen angreifen, der aktuell resistent ist. Und... Immer sind es positive Todeswerfer. Und wenn er da drin stirbt, sind die Summons auch tot, oder? Nein, sind sie nicht. Wie sich gezeigt hat. So, die Fleischschilde sind weg. Das heißt, es geht jetzt alles um. Der hier oben ist halt potenziell böse. Der hier oben ist halt potenziell böse. Der hat noch negativen. Ich mach mal den Magier hier oben fertig. So, damit dürfte er nämlich jetzt keinen Lebenspunkt mehr zu machen. Wenn du drei positive Würfe hast, hast du es geschafft, oder? Dann stirbst du nicht. Und dann ist das. Ja, bei drei positiven bist du erstmal stabilisiert, genau. Also, dein Kiong hat das stabilisiert. Ja. Ich meine, da wird es noch. Ja. Wobei, wenn du dreimal angegriffen wirst, dann stirbst du trotzdem. Ja. Ja, momentan liege ich da gerade relativ unberührt. Da liege ich gerade. Ich mach jetzt meine Todeswirt und fertig. Das ist die größte Sorge. Obwohl, ich mach grad streng. Ich bin drei schlechter. Das ist, äh. Ich bin eventuell gleich tot. Also. Hey, wie mein... Ja, den Charakter, den ich aktuell spiele. Jedenfalls fast tot wegen so nem Scheiß. Nein, er ist gestorben, deswegen. Spiel vorbei. Und die Gruppe ist tot. Ja, also wieder zu. Wann hast du zum Netz gespeichert? Äh. Kurz vor Dingens. Mitsora. Ja, das ist nicht gut. Hätte doch nicht gedacht, dass wir das Kacken verkacken. Müssen wir heute einiges öfters machen, ne? Ja, die Kolonie ist halt ziemlich hart. Oh, du hast eben den Wurf gespeichert. Ja. Schön. Schaff das jetzt. Nochmal. Ich hab's vorher nicht geschafft. Lad mal nochmal neu. Ich will den Wurf wiederholen. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Ich gebe dir eine goldene Star. Mein Sparkel. Aber nicht du... Oh. So, was müssen wir jetzt noch machen? Was haben wir alles? Wir gehen diesmal zuerst, so long, erst bevor wir die Typen verkloppen. Beziehungsweise... Ja doch, wir gehen denen. Wie lange vorhin gegangen sind. Dann sag mir... Dann spreche ich diesmal vorher. Wäre vielleicht ne gute Idee. Nee. Nee, nee. Das sind jetzt nur die Typen, die wir relativ schnell verprudelt haben da hinten. Wo gehst du jetzt nach? Du gehst grad wieder direkt zum Todeshirten. Ich... würde ganz gern erstmal die Zivilisten... äh... killen und dann... ...die... Dingens da, die Typen. Okay, wo... wo Zweinkör bist du? Andere Seite. Keine Sorgen. Ich mach die kurz selbst fertig. Natürlich kann ich da was fürs Todes. Alles gut. Du hast noch mal eine Rauchpulverbombe und dann... ...easy to go. Hier. Ich solle mich, meine zwei davon. Also dieser... ...den Effekt werde ich bei den nächsten... ...den werde ich mal rausnehmen. Ich habe es auch noch nie genutzt Bis jetzt Okay, gerade hast du wieder geheilt Habe ich Nusslosen Ach du bist hier im Kampf Ich bin schon fast fertig mit dem Kampf Ich hole jetzt noch ein Magic Missile rein und dann ist die auch zu Ende Na dann gebe ich mal meine Runden Ja ja, mach das. Ich habe gerade die Gude vorgeschickt Also egal was sie tut, sie ist ziemlich im Arsch Ich kann auch mal die Night Sehr schön Nicht ins Wasser gehen Stimmt, ich habe hier die Stiefel noch an Warte Sekunde, die vierte Pracht So jetzt kann ich die normalische Inspiration wieder herstellen So, wo geht es jetzt zur Long Rest? Äh, einfach den Weg weiter Äh, den einen Verstand wollte ich noch mitnehmen Welchen Weg? Irgendwo noch Ja, scheiß drauf, haben wir wahrscheinlich schon Und den Weg hier? Äh, hier durch die Tür Irgendwo Hier Hier nicht Hier nicht Hier nicht Hier nicht Wir brauchen wir nicht mehr an dem Punkt Der ist zu schwach im Lebensmittelpool her Du hast, äh, wir haben den Kampf gerade mit, mit denen die wir hatten nicht geschafft Ja, weil ich alles taktisch schlecht platziert habe und wirklich Pech hatte mit den Würfen Dann schaffen wir es diesmal vielleicht besser Wo waren die? Hier unten, oder? Ja, ich tausche nur kurz Blitz gegen Feuerball Einmal Das war hilfreich Und, ja, das hätte ich sonst noch nicht gelassen Ja, hier sind die Todeswirken Windstoß kann ich aber gegen Dominate Person austauschen, das ist dann für später relevant Ich könnte Schneesturm nehmen statt Eissturm Mach das Mach das Nee, Quatsch, Eissturm ist besser Was hab ich gerade gemacht? So, Dominate Person ist drin Da ist der Verstand, den ich mitnehmen wollte Das ist eine freundliche Schild Zauberwoll Ja, wir haben übrigens vergessen, die zwei Verstände vom ersten Elitinenschiff mitzunehmen Leider Okay Wo wir jetzt nicht mehr rankommen Der eine hätte ein cooles Lied gesungen und der andere hätte Lord Robbs durchgeführt Aha Das ist ein bisschen schade Aber, hey Diesmal würde ich engagieren In den Kampf Warte, ich speichere nochmal kurz Bevor es los geht Du kannst jetzt speichern Was? Was? Oh, Was? Was? aber ich habe den mönchs move gemacht ich bin am anderen ende des raumes mittlerweile okay dann kann man nicht schon mal mit todes und der erste größte problem ich bin in seiner nähe das habe ich da drüben als tag und bei den sammens hat ich schwieriges gelände das ist gut am eingang platziert das bewegt sich mit dir ja aber gerade stehe hier meine wichtigsten fliegen also passt schon alles gut an die gerade ich finde es total blöd dass das auch für teammitglieder gilt es ist ein bisschen scheiße tut es sollte es eigentlich auch nicht tun aber dann tut die gehen zum mönch der mit dem lächerlich hohen AC die gehen zu den zwei typen drüben die gerade leider nicht resistent sind mal schnupf es diesmal schaffen ja was du jetzt legen kannst solltest du es schaffen ich denke nicht mal durchs gelände kannst du auch drüberspringen theoretisch ein kleines zombie ist den ersten somit haben wir aus der fern ausgeschaltet du gehst zum mönch der wird jetzt erst mal übers gelände jumpen er wird ins gelände jumpen ja ok ist recht jetzt eine gullversammlung alles gut das ist geplant ich will jetzt die alle möglichst weit weg gehen damit ich da einen feuerball reinballern kann denn der mönch steht aktuell im schatten was bedeutet er kann sich vorher wegporten abgelaufen nana schülf was merde Ah, scheiße, ich darf leider keinen Sinn. Ich flieg mal hier rüber. Nicht in Bewegungsrate. Das ist äußerst gut. Aber ich kann den hier... ...erledigen. Wo wolltest du noch mal Feuerball machen? Hinten bei dem Mönch. Du musst das dauernd erst mal hinkommen. Die Feuerball hat eine ziemlich hohe Range, also das sollte gehen. Den hier... Oh, sich nicht wahnsinnig bewegen. Schön. Du bist blind? So. Ich komme mal dazu. Ich schalte die hier mal aus. Okay, ist da nur noch der Cool? Wenn der Summe gibt noch. Gutes, der Todes sollte aus dem Radius raus verschwindet. Ja, der ist mitten im Mönchradius, das passt auch schon. Du stehst natürlich wieder mitten drin, richtig schön. Du hast da auch einen Feuerball. Es reicht natürlich... Es reicht natürlich gerade nicht. Schön. Das ist scheiße. Weil jemand natürlich mitten im Gang stehen muss. Und dann im Mönch. Und dann im nächsten Zug. Dann behalte die noch ein bisschen dort drüben bei dir. Ja komm, ich haue noch ein paar Black Tentacles hin, dann kriegen die zumindest noch ein bisschen Schaden. Und sie sind dumm, das heißt sie werden noch eine ganze Weile drin stehen. Die Spur sind einfach. Ja. Verstärkung für uns. Hier wurde es schon fast langweilig. Ach, ich zieh mal einen zurück. Der kümmert sich um die zwei. Ach, ich zieh mal einen zurück. Mönch ist tot. Fantastisch. Der Todeshörter ist noch heilig. Der Todeshörter ist noch fast unversehrt. Wir werden es also wieder verlieren. Nein, der kriegt vielleicht einen 4th level Fireball. Wie gesagt. Ja, hast du auch im letzten... Ich weiß nicht... ...wie... 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 ...wann ist das schon gesagt. Ja, da war aber die Distanz nicht groß genug, weil du dich natürlich ausgerechnet so platzieren musstest, dass ich ihnen das Schwere gewöhnen muss. Was kann ich denn dafür, dass... ...dass du jetzt auch drum herumlaufen können? Du kannst auch drum herumlaufen. Du kannst auch drum herumlaufen. Ja, man hat nicht so viel Bewegungsreichweite wie du. Du stehst halt mitten im Gang. Gute Nachricht, das schwere Gewende ist weg. Weil K. noch betäubt es ist. ... 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